Na ihr kleinen Affen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft Survival Games Runde. Und ja, wir spielen heute mal auf dem Rebi-Server, da fehlt uns nämlich noch eine Map. Ganz genau, nämlich die Map Aura gebaut von... Den Aura-Leuten. Genau, den Aura-Leuten. Ihr kennt das Projekt sicherlich. Ja, und die spielen wir heute zusammen mit dem Krono. Ja, hallo. Die Aura-Map wurde doch von KOMO-Server gebaut. Lass uns nach hinten laufen am besten. Okay, Krono ist jetzt übrigens auch ein Affe. Cool. Oh, fuck. Ich wollte leider nach unten gucken, habe ich jetzt. Ach, das ist stimmt, das ist zwar Weilegeben, da hat man ja keine Altenz. Das ist richtig. Das ist richtig. Wir machen sehr schön. Das wäre bei mir. SOS-Affen-Alarm. What the fuck, wie viele Kisten sind hier bitte? Oh, kommt hier mit zu mir. Ich weiß nicht, wessen Gebäude das hier ist, aber hier sind viele Waffen. Hallo. Welches Gebäude das ist? Ich habe gedacht, ich habe das Projekt geschaut. Also die großen Türme sind die von Charmlet's Play. Ja, das ist die Lenshaus. Genau. Da, die Waffen, Robert. Hat er doch schon alles? Brauchst du? Nee. Möchtest du noch eine Holzachst? Äh, nee. Hallo? Der ist schon wieder da hinten rum. Da sind die hier aufspringen. Jo. Kommt ein Spider-Man. Das ist ja gar nicht Spider-Man. Das habe ich nicht die Krono getötet. Hinter dir! Was, hinter mir? Nein, hinter mir ist der Krono. Geht doch nicht. Bein, hast du mich einfach geschlagen. Ja, du, wo geht's? Ja, ich bin doch hier oder bin ich und schlage dich? Ja, so war das ein Plan. Krono, guck mal, ich habe noch das hier Schönes für dich. Du schlägst mich wenigstens nicht. Tja, danke. Krono wird nicht mehr vom Träger erfasst, aber Robert noch. Vom Träger? Oh! Er wirft mal, er hat, er hat sich über, er hat sich über, er hat sich über Boten. Ich höre ich mich nicht. Achso, der Eisenherr war eigentlich für dich, äh, der Eisenherr, äh, die Eisenhosen. Ah, nee, du hast die Hose. Ha, 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 verplant. Wir grad müssen durch Wind. Ich will, dass man Camp Tadier wieder geht. Und wir fliegen. Testversion, Alter. Ist einzig. Da oben, in den Turm, oder? Welch Turm? Ja, in den Turm hier. Eins von den wenigen Programmen, die ich wirklich brauchen. Zwei Leute, zwei Leute. Was, wo? Hey, au, au! Werte mit hier? Hier sind auch zwei Leute. Ah, da, die sind runtergesprungen dann. Komm da rein, komm da rein. Hallo. Kodo wird hier zum Abstauber. Oh nein, ich bin der große Abstauber. Pff. Ich hab auch was, du nicht hasst. Schau auch was cooles. Schau auch, du hast sowas hier. Hier dran, der Heilung schenken euch. Tobi Kehl ist gestorben. Ich hab nur eine leere Flasche. War einer von euch Spinnennetzen? Pff. Oder seid ihr keine solche Hardcore? Ne, wir machen keine MLG-Action. Oh, langweilig. Nein. So, hier, da, zeigt mir, kommt das hin, da sind auch zwei. Ja, da, es ist. Weißt du, alle? Was, wo? Oh, hm, 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 hm. Wenn man das mal machen will, sagt Kim Täter wird, du bringst kein Pi. Aber bei uns gibt es die Runde, aber die Vorrednerin. Aber es kommt bald mein Kindes wiedergehe. Achter. Die neue Reihe im Volkau. Ah, ich bin nicht, ich bin nicht. Und ich bin nicht, 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 ich bin nicht. Fabi, komm her. Fabi, komm her. Ja, Fabi, ja, Fabi, ja, Fabi, ja, Fabi, ja, Fabi, das war der Bausthermer voll, Fabi, ich hab das hier, ich hab das hier, ich hab das hier, ich hab das hier, Fabi, das hier. Sag mal, hallo, Fabi. Oh, hallo, Fabi. Fabian. Fabian. Sag doch mal, hallo. Ach, der hat sein, äh, äh, dein Mikrofon ist gemuted, falls du irgendwas redest, dein Mikrofon ist gemuted, hm, lieber Fabian. Da ist, da muss noch einer sein, hier bei Bergmann die Ecke. Ob wir in die einfach, hab ich gefallen. Hä? Machst du noch irgendwas? Nein, du hast. Ich hab kein D, ja, nein. Achso, du redest mit uns? Nee, aber ich könnte dir einen Stick anbieten. Wow. Ah, hallo, Fabian. Da oben sind, da, 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 da oben sind zwei, ja, wir zwei. Achso. Aber da ist noch einer. Da oben. Da ist noch einer, da ist einer, da ist einer. Ich weiß, es sind nur eins. Die ducken sich. Die ducken sich. Ganz ehrlich, wenn man... Ja, auf dem Feld, auf dem Feld, seid ihr bei dem Feld? Hilfe! Au! Was haben wir da? Au, 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 au! Nein, das sind zwei, das sind zwei! Au! Oh, okay. Was war's? Komm, ich hol dir den. Ich hab den einen. Das war so gut, Robo. Ich bin mit da, Robert. Gut. Aber ich muss ja mir, aber ich muss ja wirklich sagen, die Ikono wird wieder ein bisschen besser. So lange hat er schon lange nicht mehr durchgegangen. So lange hat er schon lange nicht mehr durchgegangen. Ja, komm, bleib stehen. Ich versteu nicht. Was? Du warst bei mir nicht vor mir. Ich möchte ein bisschen vom Spectator-Chat berichten. Da schreibt der DeWiTuck, Viererteam, was nicht mal so stimmt. Wir sind ja kein Team mehr. Hau los noch nicht. Äh, und dann schreibt der noch wie lahm. Dein Kill war ziemlich lahm. Nein, 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 da kommt noch einer! Ja, hier. Oh, ich hab geleckt. Ja, ich hab's gemerkt, das ist nämlich mich geschlagen. Stefan. Oh. Dein Kill war... Oh, erwischt ich. Ich glaub das schwer. Stefan, dein Kill war ziemlich lame. Kommt noch, Fabian, kommt da. Fabian, es ist nur noch Fabian am Leben außer uns. Oh, Fabian. Fabian! Dann werde ich jetzt, weil du stirbst sofort. Du jetzt diesen scheiß Hanisch? Und ich hab ihn nochmal. Der hat ja ein Tier-Burzel. Ein Burzel? Ein Herrnchen. Wie gesagt, Stefan, du bist lame. Ja. Kämpfen wir gleich, wenn Deadmatch losgeht oder was. Oh, ja, es geht dann sofort los und kämpfen wir direkt. Ihr könntet euch aber jetzt noch schnell abschlachten, aber ihr wollt ja noch die Teffmatch. Oh, nice ey, das ist erster Versuch und gleich. Ach so, der ist fertig. Noch habt ihr nicht gewonnen. Keine Teams, das machen wir auch nicht. Fabian, 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 Fabian. Ey, Fabian, Fabian. Hey, Fabian! Wo steckst du? Wo steckst du? Gut, da, da schießt du. Was? Alter! Töten! Robert! Robert! Du nimmst auf, Robert! Das ist kein Mehrwert. Schießt der hier. Wie viel trinkt der denn? Der hat nen ganzen Saftladenmüll. Ja, aber Fabian ist auch nicht viel besser, ne? Der rennt ein bisschen mit Bohren. Was Alter? Ihr brennt gar nix. Fabian! Jetzt, Fabian, jetzt rennt doch nicht weg. Töte ich sie doch. Weißt, Fabian springt die ganze Zeit hin und her nur. Nicht den Töten, der nimmt auf. Der räumt jetzt ab. Der hört auch noch. Hey, da ist ein Dia-Purzel. Ein Dia-Purzel? Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Spider holt sich nicht meinen Dia-Helm. Abgehobener Kerl. Ja, ich ziehe jetzt schon. Herr, was sollst du machen? Du bist besser als Spider. Ja, hallo? Ich hatte anderthalb Herzen oder so. Fünf Kills, gute Runde. Alter, ich war zwischendurch auf ein halbes Herz runter. Nichts. Ja, nur weil du mich mit deinem zweiten Account gefehlt hast. Hab ich eigentlich getroffen irgendwie vorher? Du mich mit deinem zweiten Account. Mich hat er nicht getroffen, nein. Ja, Fabian hat euch nicht mal richtig angegriffen. Hat er auch nicht. Oh, da ist er. Hui. Daniel. Und er redet einfach. Gut, das war die Map-Aura. Auf dem Re VII- aboneCH. Mal ganz schnell und nebenbei. Ach so. Danke fürs Zuschauen. Ne. Wir verabschiedeln uns. Das ist selbstverständlich, dass ihr zuschaut. Tschüss, ihr kleinen Daffen. Ciao. Tschüüüüü. Hier ist ein grünes Schaf. I will sleep I will sleep